So, da kommt zwei Skelette, ich renne mal weg. Arne, mach die mal tot. Nee, ich hab mich hier gerade eingebaut. Vielleicht müssen wir hier auch einfach nur durchrennen. Einfach so YOLO-Style. YOLO? WTF, wie viel Pilze sind hier? Hier sind Pilzkühe, Arne. Pilzkühe? Ja, du musst hier einfach nur durchrennen. Okay, die Spinnen haben es auf mich abgesehen, aber wurscht. Du musst hier einfach nur durchrennen. Okay. Okay. Und du kannst mit, wir können dann, oh, ein Herz. Wir können mit Bone Meal, das wir von den Skeletten haben, können wir... Ich hab' lauschig. Oh, noch mehr Skelette. Wieso denn so viele Skelette? Das hätten wir niemals geschafft, ey. Nein, nein, nein. Da ist ein Creeper, ich hab'n Creeper. Nein, der Creeper. Nein. Oh, Mann. Okay, warte, ich komm gleich. Ich hab' meinen Kopf. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Bobby, du bist schon zehnmal gestorben. Was weiß ich? Neunmal und du zehnmal. Okay, ich hab' was zu essen. Du hast was zu essen? Das ist gut. Ja, hier sind ja ne Menge Kühe. Ja, super, aber Pilze alleine reichen uns nicht. Ja, und hier sind ne Menge Kühe, hab' ich gesagt. Ach so, die geben mir auch Fleisch. Ja, nee, echt. Ich renne jetzt einfach nur durch. Ich bin einfach nur am Durchrennen, Alter. Aber so der macht... Oh, lol, sieht das hier geil aus. Ja? Boah, sieht das edel aus. So, erstmal alles ausleuchten. Einfach durchrennen, einfach durchrennen, einfach durchrennen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, Pilzkühe? Ich hab' Pilzkühe. Hier steht ne... Hier ist ne... Hier ist ne Chest, hier ist ne Chest, hier ist ne Chest mit... Ja, ja, ich hab' Schüsseln. Du hast Schüsseln? Ja. Super. Ich hab' hier Fleisch und da sind Skelett. Komm her, komm her, wir bauen uns hier zu, wir bauen uns hier ein. Scheiß Skelette hier. Komm rein, komm rein, Alter. Arsch? Arsch? Verpiss dich, verpiss dich, du scheiß Ding. Verpiss dich. Ja, verpiss dich doch mal, ey. Alter, wir werden schon wieder sterben, Tobi. Nö. Hab' ich nicht vor. Ich hol' jetzt hier erstmal Krabble. Ah, und dann kommst du hier hoch. Du auch? Ich bin gleich, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Du auch? Hey, du raus, hab' ich gesagt, hier. Komm, komm her, bitte, bitte, komm her. Das ist hier keine öffentliche Party. Nein, wieso sind die da oben, Alter? Wie kommt die denn da hoch? Also, ich bau' noch Krabble ab. Okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Das ist geschlossene Gesellschaft. Ich bin tot. Oh Mann, das ist so ein Dreckskelett. Ich bin, ich nehm's Bett mit, okay? Und renn' einfach durch. Bau' das da bitte mal zu. Wenn du's schaffst. Ja, jetzt steht's hier drin, du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Ich, warum hab' ich zu... Achso, ich hab' dein Stuff eingesammelt. Sorry. Ne, ist nicht schlimm. Das hab' ich da in der Kiste gefunden. Wir arbeiten ja hier zusammen. Was ist das denn? Netherbrick Slabs. Oh Gott. Ah, wir können uns, wenn wir genügend Mushroom-Kuhe hauen, können wir uns ne Lederrüstung machen. Das ist positiv. Das sollten wir noch tun. Und wir können mit Loren fahren. Tobi, ich bin auf dem Weg. Und ich renne und renne und renne. Und ich renne und renne und renne. Ja, wir können uns hier ein Schienensystem verlegen, wenn wir irgendwann wollen. Hier wird jetzt erstmal unsere Basis errichtet, Tobi. Okay. Tobi, 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 ich will hier rein. Tobi, Tobi, ich komm in die Renn. Ich geh einfach durch. Junge, geh doch gut durch. Tobi, bau' das zu. Tobi, bau' das zu. Nö. So. Haben wir hier irgendwo Cobblestone? Nein, aber Stonebricks. Auf den Stonebricks können wir uns nichts craften. Okay, hier ist schon mal ausgeleuchtet einigermaßen. Soll ich mal irgendwo Glowstone klauen gehen? Arne, guck mal hier. Ich kann ja mal Glowstone klauen gehen. Ja, gute Idee. Hier, guck mal hier. Oh, danke schön, Tobi. Und, äh, ja, ne? Tobi, du bist grad der, äh, äh, ja. Master of Disaster. Tobi, kannst du, äh, bitte das hier oben nochmal zubauen, weil da kommen die irgendwie immer rein? Na, ich geh jetzt Kühl hauen. Ich geh jetzt Pilze hauen. Ja, hier, Arsch, ne? Arsch-LP und so. Kannst auch mal sein lassen. Leu, wie kommen wir hier wieder raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Ich hab keinen Block zum hinbauen. Leu! Du musst dir Sand abklopfen. Du musst dir Sand abklopfen. HAH! FUCK IT! Was ist denn los? Ein Herz. Nicht gut. Nicht gut, Tobi. Tobi, du hast den Stuff. Tobi, wieso bleibst du nicht einfach erstmal da? Und dann müssen wir uns koordinieren und dann müssen wir ausleuchten. Geh dich verpissen, du scheiß Skelett, ey. Du bist so dreckig, ey. Ich brauch keiner. Wieso haben wir unser, unser Feuerzeug noch mehr? Haben wir nicht mehr? Nope. Scheiße. Ich klau hier nochmal ein bisschen Glowstone, um in unserer Nähe eher mal aufzuleuchten. Hier sind auch normale Pilze. Hier sind überall Pilze. Das ist mein Lieblingspissen. Ja. So, ich hab jetzt drei Glowstone. Und ich hau jetzt das Skelett. Tut das gut. Geh sterben. Du Drecks, Drecksskelett. So. Es ist tot. Es hat den Aufpeil nicht überlebt. So, dann bauen wir uns jetzt hier einfach mal ein Glowstone hin. Damit wir hier Licht haben. Dann bauen wir hier ein Glowstone hin. So, dann kriegen wir ja nur Pizza hin. Nein! Tierglowstone. Scheiß Skelette, ey. Was denken die sich eigentlich? Ich glaub, wir sollten uns oben auf ein Plateau bauen, Tobi. Ja. Auf so'n Pilz drauf, meinst du? Ja, auf den hier. Der ist doch perfekt. Welcher? Ja, direkt über dir. Der hier? Ja. Ja, danke schön. Kaputt machen. Ich brauch hier mal ein bisschen... Ne, du hast noch Steine, gell? Du hast Steine. Ne. Doch. Oder? Doch. Du müsstest Brickshafen. Nein, 52 insgesamt. Dankeschön. Ich baue mich mal da hoch und mache uns da mal so Plateau-Gedöns und so. Ja. Du kannst ja mal Close-Down mitnehmen, dann können wir oben ausleuchten. Äh, wo? Einfach Close-Down mitnehmen, dann können wir oben ausleuchten. Oh, da ist ein Skelett. Gar nicht so toll, weil ich hab noch drei Herzen. Ich kann aber auch mal was mit dem TNT ausprobieren. Ne, kann ich nicht. Warte, also ich stelle hier erstmal das Bett hin. Mhm. Kriegst du's tot? Schaffst du's? Ich krieg's tot. Ich krieg das schon. Ich mach das schon. Danke, Tobi. Arsch. Ich sortier dir mal ein bisschen mein Inventar. Jo, mach das. Und ich hau mit Knochen. So schaut's aus. Heftig. Oh, jetzt haben wir wenigstens, oh ja. Wenigstens Bowls. Dann können wir uns immer was zu essen nachführen. Eigentlich sind Pilzsuppen voll die geile Ernährungsquelle auch so in Minecraft. Eigentlich schon, ne? Ich hau mal hier ein paar Kühe. Fürs Leder. Und den Style und das Geld. So, Tobi. Ich hab jetzt da jetzt mal ne Treppe so hochgebaut. Cool. Achso, dann können wir uns hier noch ein bisschen Glowstone mitnehmen. Ja, Bradstone, fucken. Ich weiß. Die geben doch auch ein bisschen. Ja, aber zu wenig. Nee, da spawnen die trotzdem. Ich hab Glowstone und das ist besser. Die geben überhaupt kaum Licht. Ja. Um weiten besser. So, okay. Dann müssen wir warten, bis es wieder Nacht ist. Tobi. Jetzt denke ich gerade, ah, scheiß Creeper! Ich dachte gerade, ich bin in Techit und wollte mit dem Chat-Pack fliegen, ey. Ernsthaft? Lol. Ja. Ich baue gerade noch ein bisschen Grisel an. Oh weh, du unlogisch. So. Alter, jetzt haben wir jetzt eigentlich, jetzt sind wir mal ganz gut dabei. Momentan. Scheiße! Arsch! Dobi, ich sammle dein Zeug an. Super, und ich bin wieder am Anfang. Ah, nicht gut. Ich hau dich mit Knochen, ey! Geh weg! Warte mal, ich komm gleich wieder. So, wir müssen da kurz oben die Chest hinsetzen. Ah ne, ich muss mal kurz ausmachen. Ich komm gleich wieder. Okay. Soll ich die Aufnahme beenden? Okay, dann zocken wir einfach mal so, allein weiter und alle, alle Leute, mal schauen, wie es euch so geht und, ja. Voller Diologe. So, runter, 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 runter. Zeug ansammeln. Rote Pilze. Okay, er hat sein Computer jetzt neu gestartet, anscheinend. Da ist ne Spinne, die will ich aber nicht. Die find ich voll scheiße. Deswegen klopf ich die. So, hier ist es. So, hier ist es. Since you had trouble from the first time, stay posy over Maya. Haben wir braune Pilze? Das ist ja, haben wir. Schon mal sehr positiv jetzt. Da oben können wir noch ein bisschen Ghost umklauen. Asels間. Shit. Yeah. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Beste Idee und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, im Inferno und so und genau. Tschüss.